Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal und heute kommen wir mal wieder Warfanda mit unserem wunderbaren Tiger 1 als erster Starten wir mit denen in die wunderbare Runde und ja genug gelaufen, wir sehen uns gleich in der Runde, also bis gleich ne Guter bin ich wieder, die Map heißt Verlassene Fabrik, die das halt wissen wollen und ja, es gibt nur A zu erobern bin gespannt, weil sind wir ganz spannend, weil da wirklich alle auf also der Feind und Kamerameis, alle Kameraden, auch immer auf A stimmen was eher eine Selbstmordtaktik ist aber ja ich probiere mich jetzt von der Seite so ran da sind ein paar Verbündeten auch noch dabei mal schauen, ob wir von der Seite angreifen können A und wenn dann A obert, der ist noch weiter rein ins feinliche Gebiet und ja ich würde einmal in die Hüte rein verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen Boah, das sind wieder viele Udi, die hatten aber viele ein IS 1 der kein Problem für mich ist oder vom Tiger also es sollte kein Problem für ein Tiger sein also es sollte kein Problem für ein Tiger sein Udi, die sind da für ein Tiger, auch ein Tiger 1 muss man die Schwachstelle treffen so ein bisschen schief stille, aber der kann mich eh nicht sehen und sieht es ein ganz kleines Feindchen ich denke mal ja traf die initiative das war knapp jetzt schaut es auf dem Blut I can see you I'm not blind von was bin ich tot durch die Mauer ein unrealistischer Tod ich liebe dieses Spiel der Tiger 1 der auch irgendwie halb und verpackt aussieht mit seinem komischen Stil trifft den Kommandanten trifft nur die Luke ist noch nichts beschädigt was er halt gut das war direkt alle tun die Satz und die ausgeschaltet genau ich liebe dieses Spiel nicht der Buch nein die Mieskarte aus die Schieße Da ist schon mal ab. Die schießen auf was. Da ist wirklich was. Uh, da ist ja wirklich was, ne? Juhu. Ich habe hier vorhin einen gleich gegeben. Ich weiß nicht, wo er steht. Die Sofiehre nirgendwo hin. Die Sofiehre nirgendwo hin. Wo ist gerade den Feind? Können nicht so B-Fan, aber ich fahre. Fahre zu A. Also wir schauen mal von der Seite leicht, wie die Lage gerade bei A ist. Jetzt rücken eh ganz viele Verbündete vor, aber so vor ich nach A fahre. Äh, dieses Flugzeug, ne? Da habe ich eine Munition verschossen mit Trottel. Uh. Ach, das Maschinengewehr, das mal oben. Ja, der ist gut. Der Kamerad. Deutschland. Da war so ein Panzer IV in der Runde. Bei der Panzer IV war... Ich weiß, wo der Panzer IV gerade los langfährt. Zirka. Da kannst du hier gar nichts reden, Paner G oder generell... Das ist nicht die E. Aha. Hier ist ein Munitionslager, circa. Hier steht aber hinter irgendwas. Zirka. Jetzt... Zirka. 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 Die erste Schirrme. Du magst die E. Oh. gut erhobert ist es gut ist es gut ist es gut sind alle verrückten nein abfahrt hans abfahrt jetzt gibt es eine aufs maul er ist fliegt er ist fliegt woher bekommt er jetzt Sollte hier sein? Was? Wie ging der Schuss bitte nicht durch? Was? da ist er nach drei jahre entgültig nein weil ich doch haben an ja hallo gewusst wird sie gelangt werden jetzt verpisst er sich jetzt hat er Angst bekommen bleib doch stehen ich tu dir nix bleib stehen komm zu Papa ich liebe den Tiger 2 mit dieser geilen Schwachstille geil danke Mr.Panda ich habe einen kleinen Schutz oh was ist das wie viele Meter in 40 gar nicht mal wert der ist verrückt ist der geistig ja beste Staffel geil das war zerstört drei Abschlusshilfen zweimal glaube ich verrückt jetzt zweimal der kleine süße Panzer 4 hier sie ist das was soll dafür gute Panagina auch bald die Hälfte die Geschöpfung zu müssen Panzer und die ich eingestellt habe es ist forschen soll gut es passt gut es war wieder vor allem bis zum nächsten mal und ja auf wiedersehen tschüss und die 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 die